hallo freunde wie viele von euch wissen wurde gestern patch 1.04 aufgespielt anschließend hatte ich leichte probleme im spiel ich hatte zwei stunden lang crashes ins hauptmenü ich konnte keine raumstation mehr verlassen es gab einfach nur unendlich viele probleme heute erwartet mich das hier wenn mein rechner mal mit den servern verbindet dann lädt er unendlich lange dieses spiel über den bildschirm kam ich bisher noch nicht hinaus also ich habe meine raumschiffe seit gestern dann nicht mehr wieder gesehen leider verzögert sich dadurch das angekündigte video zu den missionen noch etwas tickets sind geschrieben derzeitige reaktionszeit von support sind zwei wochen aber ich rechne ehrlich gesagt heute noch mit einem weiteren patch der solche probleme dann beheben wird tut mir wirklich wahnsinnig leid dass das mit dem video jetzt nichts wird aber ich schaue dass ich das über das wochenende noch hinkriege je nachdem wie ihr lied mitspielt und wie die verbindungs leistung dann ist wie gesagt tut mir furchtbar leid aber ich kann es im moment echt nicht ändern ich hoffe bei euch funktioniert das spiel einwandfrei und ja alles läuft ich hoffe es wirklich bisher habe ich keine anderen probleme dieser art lesen können im forum und auch die leute mit denen ich so privat noch kontakt habe bei denen läuft alles einwandfrei also ich hoffe ihr habt nicht diese probleme und bleibt mir weiter treu das video zu den missionen kommt auf jeden fall ich kann derzeit nur leider noch nicht sagen wann ist wirklich von elite abhängig also noch mal tut mir furchtbar leid bis zum nächsten video dann okay macht's gut hallet ihr und steif ciao freunde